Das lass ich drin, das weiß ich auch gut, Psyko, ne? Ja, das wär klar. So, wir müssen jetzt alle ruhig sein, Luca nimmt jetzt auf. Also, in den nächsten 20 Minuten kein Wort. So. Habt ihr davon. So, willkommen zurück ins Kriblio mit Nuka, Ruko, der Duschlampe, also Psyko, Toastie, Tobi und Kinsey. Achso, und ich bin ja auch noch dabei. Ja, der ist unwichtig. Ja, ich hab mich gerade eben noch selbst bemerkt. Fährt jetzt irgendwas aus, ich wollte was anderes nehmen. Jetzt ist es zu spät, Quincy. Zeig es mal. Ja, du hast schon 15 Sekunden Zeit, dir was auszusuchen. Weiß. Weiß, ja. Ist das Gegenteil von schwarz? Oh, warte. Nichts. Ach, ich muss runter scrollen, sonst sehe ich gar nichts. Raum? Leber? Leber? Leck. Wurde was Klaue? Ach, Mensch, was sollen das? Scroll doch mal runter. Ja. Ach, das ist dieses Nierenpiss-Ding. Da sind ja keine Häuser drauf. Keine Ahnung. Was ist das denn? Ah, Schweiz. Oh, mei. Das ist jetzt Zeichen. Oh. Oh, echt jetzt? Was? Was? Ich wollte das Wort auch nicht haben. Ich wollte das Wort nicht haben. Wunderland. Mann, Alter. Was? Das hätte ich auch nicht. Ich auch nicht. Zauberer und Land. Hätte man da nicht Alice malen können. Ja. Ja, weißt du, wie Alice gemalt wird? Ja. Man ist ja. Anscheinend Strichmännchen mit einer blonde Börge auf. Den rauchende Rucku auf seinem blauen Pilz. Dann noch ein Hälscher. Ah, jetzt wissen wir ja. Wenn die Rucksu immer hier Alice im Wunderland guckt, dann sieht er in die Raupe immer Rucku. Hallo Rucku, bist du noch da? Ich rate, ich rate, ich rate. Ach so. Voll konzentriert. So, es geht darum. Das andere ist nur eine Hilfe. Ja? Jetzt habe ich Zeit, ein bisschen auszumalen. Ich will gleich ein bisschen hübscher zu machen. Das sieht aus wie dieses Sexspielzeug aus der Werbung, was immer im Fernsehen kommt. Ja. Ach, ich weiß. Dass du da drauf kommst, Rucku. Also das Grinselding mit der Haare, sieht eher aus wie eine Steckdose. Yeah. Yeah. Du weißt, was? Du weißt, ich als Mann lacht. Ich lasse es dir. Ja, das wundert mich jetzt echt, dass du das erraten hast als Mann. Vor allen Dingen, weil ich ja da nichts mehr habe, wo das hingehört. Was heißt das Gelache jetzt? Du hast bestimmt noch was in der Hose, wo es hingehört. Wenn eine Frau das sagen, das ist ein Kompliment. Kampfer? Pferdepony, auch nicht schlecht. Es gibt kein Pferdepony, ne? Das gibt es aber da drin. Ausbrechen. Ja, ich benutze sowas schon seit Jahren nicht mehr. Ja, ich auch nicht. Ich habe eine Klasse. In der Jugendzeit. Ich konnte es immer noch an den Beinen benutzen. Was soll ich denn an den Beinen mit Haarspray? Oder warf ich mir dann schöne Figuren draus lächeln? Oh, wieder war ein bisschen pixellig unterwegs. So, weiter geht's, Leute. Strichermännchen. Das ist jetzt Krippeljof für Fortgeschrittene, indem man das langsamer sieht. Genau, genau. Höre, ich bin ganz klar. Oh Gott, ich kann nicht. Wer zeichnet denn überhaupt? Ach, Ruf. Ich. Keine Ahnung. Macht doch keinen Sinn. Geht es letztendlich um den Gegenstand, den du zeichnest, oder um die Person? Darum. Also um den Kreis. Okay. Um den Kreis. Das andere ist Hilfestellung. Okay, okay. Also wie bei mir. Um welchen Kreis denn? Um den Kopf, oder wie? Moment. Der Kreis kommt, glaube ich, noch. Ach so. Ich habe schon lange... Jetzt mache ich gerade den roten Kreis. Also... Nö, bei mir kommt gerade erst das Dach. Das ist sehr langsam. Okay, dann haben wir einen Wahnsitzverzicht. Dann haben wir einen Mega-Delay, also... Ja. Ja. Dann haben wir einen Riesen-Delay. Der ist noch lange nicht da. Der rote Kreis. Ich weiß gerade ein Fenster. Ja. Genau. Jetzt ist die Tür. Also bei mir ist die Zeit auch schon abgelaufen. Bei mir ist gerade auch Puppenhaus. Ja, nee. Ich habe ein Mädel daneben, die hat so eine Kuppenahantätern gemalt. Ah, nee. Bei mir hat das Mädel nicht mal eine Puppe. Ja, warte mal. Ja, dann machen wir mal einen kleinen Cut. Alles klar. Oh, alles einfach mal reinge... Äh, special. Ja. Ja, wenn die weiter labern, kann ich ja nichts für. Ich werde es nicht rausschneiden. Dann macht man normalerweise immer... So, liebe Mitspieler. Drei, zwei, eins. Los. Genau. Dann weiß jeder Bescheid. Man muss ruhig sein. Wollen wir hier runter. Ey, das ist ja voll die Verzögerung. Was soll denn das? Nö. Das ging ja schnell. Ne, wobei, jetzt ging schnell. Boah. Geil. Das ist richtig schnell. Das ist ja. Boah. So schnell habe ich das noch nie gesehen. Ist das jetzt Speedrunner? Scheint so. Äh. 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 Hat schon wieder abgeflaut, wa? Oh. Cool. Boah, wie rags du das? Das ist voll gemein. Ich habe nur geraten. Äh. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Scheichnest du noch, Quincy? Nein. Okay. Warum nicht? Das ist eine Uhr. Das würde mich auch interessieren. Warum bin ich wirklich? Aber wenn du fertig bist, ist das okay? Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Äh. Überhaupt nicht. Hiroshima. Auch nicht. Tornehmert! Alter, das ist im Leben. Ey, per WhatsApp sich Sachen gegenseitig zu schreiben, zählt nicht. Machen wir nicht. Ja, machen wir nicht. Diese Zeichenpause war aber sehr verdächtig. Oh, ey, kass sie es aus. Das stimmt. Das ist so geil. Das ist so geil. Hier, das ist das. WhatsApp-Schickerei machen wir nicht. Ich tut Zeichenpause. Auweia. Oh, nee. Wahnsinn. Okay, jetzt geht's wieder super langsam. War langweilig die Runde hier. Komm gar nicht zum Lachen. Ich möchte auch mal endlich lachen. So. Nimm einen Keks. Mach ich. War das bei euch, oder? Ja, aber sehr langsam. Ja, ja. Ich hab wieder ein schlechtes Gefühl. Oh, der Kopf ist scheiße. Ah, ich weiß. Es geht super langsam. Also, Elefant kann es nicht sein. Relativ langsam. Oh. Oh, das kriegen wir auf die Vordergeschrittene, ne? Ähm. Ja. So vielleicht? Ähm. Äh. Wäre auch ein Buchstau zu viel. Ähm. Bahn. Warum nimmst du eigentlich nicht Bahn? Boah, scheiß. Das geht aber schon sehr langsam. Auch nicht. Schon ne ordentliche Verzögerung. Ach, hier. Dings. Ähm. Hm. Ach, hier der. Der. Was? Da. Ja, der eine da. Kann ich nicht sagen? Ja, der eine da. Also, wenn wir diese ganzen Lacks haben, müssten wir vielleicht doch die wichtigen Sachen zuerst zeichnen. Ja. Wirklich. Also, die Verzögerung ist enorm. Geraxo, ich bin ein Geiler. Ach. Oh. Alter, was denn? Immer diese internen Tipps, ey. Ganz ehrlich, Leute. Ja, also, mal ehrlich. Ey, die Runde ist vorbei und jetzt kannst du es bei mir noch nicht. Du hast immer die Ohren gemacht, hier. Mein Esel soll das sein? Bei mir ist da gerade die Ohren angefangen. Ja, die Verzögerung ist der Norm, Leute. Ganz ehrlich. Aber, äh. Jetzt fängt man nicht, ey. Ja, gut. Weiter. Oh. Hm? Immer diese Meckereien, ja. Vielleicht gibt's ja wohl nicht. Mehr zeichne ich nicht. Ah, doch, vielleicht. Weiß es. Fertig. Fertig. Mehr zeichne ich nicht. Aber ich hab's mir doch anders überlegt. Dann ist es noch leichter. So, es geht jetzt wirklich nur darum, der Rest ist einfach nur hilfreich. Das ist aber ganz komisch. Bei Tobi fängt das immer an zu lenken und bei anderen geht's normalerweise weiter. Also, bei mir war ein normales Tempo. Ja, geht. Ja, bei mir jetzt auch. Bisschen langsamer war's, aber es war nicht so gut. Schon geraten, das ist eine Maus. Eine Bügelmaus. Bügelmaus. Eindeutig. Bügeleisen, ja. Also, das, ähm, doch. War doch eindeutig. Ja, oder? Also, ich hab's so eindeutig, wie es nur ging. Ist Rucko irgendwie geknebelt? Der sagt gar nichts mehr. Ich finde, ich bin da. Ach so, okay. Er ist bestimmt wieder eingeschnappt. Warum? Wieder eingeschlafen. Das will ich jetzt nicht hoffen, er malt gerade. Oh mein Gott, Leute. Ja, gut, er schläft. Aber super langsam. Der ist eingeschlafen und der rutscht irgendwo. Ich hab gerade einen leichten Bogen. Nein, der Ruck ist eingeschlafen und der rutscht mit der Maus weg. Bin ich dran? Ohne Scheiß, du bist super langsam. Jetzt hat mir Spaß beiseite. Du bist super langsam. Der tat immer gerade einen Halbkreis. Alter. Das ist der Wahlkreis. Zeitlich. Du, wir essen zeitlich. Komm, gib Gas. Du, jetzt haben wir einen Dreiviertelkreis. Ich weiß, dass du nichts dafür kannst, Rucko. Ich mach nur Spaß. Vielleicht sind wir aber wirklich zu viele Leute. Vielleicht. Wir sind nur einer mehr eigentlich. Ja, eben. Bei Tobi sind's immer zu viele Leute. Tobi ist ein Einzelkänger, der will jemand. Nur sich, das reicht. Wer wollte Rucko auch bloß ein perfektes Bild malen? Mit F? Das bringt's nicht, oder? Nee. Ähm. Äh. Äh. Ähm. äh, zack, äh, Gott, Gott, oh Gott, äh, gut, alles klar. Verliebt das irgendwie kurz zu zeichnen, dass du nicht zu viel Zeit brauchst, ohne Scheiß jetzt. Äh, ha, ha. Oh, jetzt kann ich das nicht mal mehr bereinigen. Geht das langsam, nicht schlecht. Oh, bitte bereinige gar nichts. Zeichne mich schon so langsam, um Gottes Willen. Machst du das im Strich doch mal! Warum machst du das so mal? Was ist los mit dir? Ich kann's nicht malen, ey, Scheiß, oh Gott. Ja, er macht den selben Strich doch mal. Das ist jetzt für, äh, für Profis, ne? Nein! Was soll das denn jetzt? Oh nein! Oh mein Gott! Die Rax ist komplett von der Rolle. Ich glaub, ich glaub, wir haben wieder ein wenig unter Druck gesetzt. Oh, weia. Oh, weia. Seid doch mal leise und ich muss mich konzentrieren. Das ist dein Ernst, Mann. So, vielleicht so. So, hier. Oh, Scheiße, mit der Versöpfung. Vielleicht hilft das, wenn du einfach nur schneller malst. Oder wir machen es, dass wir erklären statt Zeit. Ja, das ist auch gut. Ja, müssen wir machen, so schaffen wir das nicht. Ihr habt ja bestimmt schon bemerkt, es ist ein Tier. Es gibt's nicht nur im Tierreich. Was? Was? Es gibt's nicht nur im Tierreich. Was soll das denn? Ja. Es gibt das auch noch, gibt das auch noch so. Zebra, ja. Was? Boah, tolles Zebra. Ich muss lachen. Ah ja, dann beeilen wir uns einfach mal. Sollen wir mal erklären? Ah, jetzt geht's schneller. Ist komisch, ne? Woran liegt das? Bei manchen geht's schneller, bei anderen langsamer. Ne, Luca statt, äh äh, Multitracks im Stadt. Ist klar. Ist klar. Ist klar. Bei mir wird gar nichts mehr angenommen, hallo. Oh, Scheiße. Na gut, egal, passt trotzdem. Ah, äh. Äh. So. Danke. Ne, das war, hallo, danke. Ne, immer noch, hallo, ich möchte, hallo. Ich hab das schon zigmal eingegeben, hallo. Anzeigen raus. Es ist ein, wo ein Vieh ist das? Mann. Hallo? Oh Scheiße. Ja, Mann, was machst du wieder? Kann ich schon mal aufräumen. Flamingo ist das. Wie oft soll ich noch eingeben? Flamingo. Alter. Das ist doch nicht wahr. Kann ich auch glauben. Boah, das ist die katholischste Aufnahme, die es gibt. Ich kann nicht mehr. Ich bin nur noch am Lachen. Bei Bügeleisen konnte ich auch nichts reinschreiben. Wenn das gar nicht los ist es nicht. Du wusstest es nicht. Jetzt der schiebe. Doch, du glaubst es wusste ich. Okay. Meins war aber schöner, ne? Jetzt kommt es! Jetzt kommt es! Jetzt kommt es! Alter! Das ist echt fies, Leute. Das ist echt eine Sauerei. Das ist echt eine Sauerei. Das ist super fies. Das ist echt eine Sauerei. Man muss echt schneller zeichnen, damit es ankommt, wa? Boah, Alter, ist das fies. Das ist richtig. Ach nee, ich muss mich... Das ist Profi-Niveau jetzt, was du gemacht hast. Naja! Und schnell schreiben vor allen Dingen. Oh, thank god. Okay. Bitte nicht zu viele Bilder, die man zusammensetzen muss. Zu viel Zeit hast du nicht, Quincy. Ah! Wie heißt denn das nochmal? Ach, scheiße! Ach, Noten doch nicht. Wie heißt denn das? Oh Gott. Noten, Papier, Noten, Blatt auch nicht. Beides nicht. Was ist das denn? Was? Ach, echt? Boah, da musst du aber umdenken. Boah! Okay, es ist nichts mit Noten. Oh, hier! Oh, da musst du echt umdenken, ey! Boah! Boah, das ist ja nochmal... Quincy lernt langsam dazu. Tonleiter ist es nicht. Aber Tonleiter ist es auch nicht? Nein! Songtext, alter! Oh mein Gott! Wenn du sagst, da musst du eigentlich eben so denken! Alter! Jetzt geht's aber ab hier, ey! Alle Raketen bitte auf Rostock richten! Ja! Ja! So! Drücke den roten drauf! Das ist ganz gut! Oh nee! Eigentlich nicht! Oh Gott! Vergiss mal die Blätter! Vergiss mal die Blätter! Ah, Blätter sind falsch, okay! Okay! Blätter sind falsch! Nerfegeräusche! Der Vogel! Ja, meine Vögel wollen immer mitraten! Seid ruhig! Hatte ich mich auch erschienen! Hahaha! Oh mein... Was ist das? Wie weit ist das schon? Wie ein Tennisschläger sieht es jetzt aus! Hahaha! Genau! Die Blätter gehen da so rum! Aha! Ja! Da gibt's ganz viele von! Aha! Ah ja! Äh! Ja! Ihr habt also... Ah! Wie Raps? Nein! Es gibt davon ganz viele! Nicht nur einen, sondern... Und das ist da ein... Oh! Was? Wenn's ganz viele sind! Ey, was denn? Ach, hey! Oh Gott! Was? Ey, die Blätter sind falsch! Die Blätter sind falsch! Oh Gott, ey! Räpse! 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 Meist, ey! Das glaub ich ja wohl nicht! Oh Scheiße! Die Finger sitzen an der Seite! Oh nein! Was ist das? Witz ganz viele sind das Räpse! Ja, meine ich ja! Er hat gesagt, wir sind ganz viele! Boah, witz ganz viele sind das Räpse! Ähm... Okay... Deswegen hat Firax auch nur ein Auge bei seinem Avatar! Das sind schon zwei! Nur die Brille, die ist so groß... Ey, guck mal wie ihr auf einmal schnell malen könnt! Ja! Meine Güte! Ich glaub jetzt läuft's wieder, kann das sein! Ja, aber im 2.0-Modus! Gabi? Ah! Was? Boah, ist schwierig das irgendwie, äh... Äh... Was da oben nicht hin? So? Ähm... Oh! Was denn?! Und es geht darum! Was? Hä? Oh Gott! Kannst du dich doch was dazumalen auf dem Rücken? Dann wissen die anderen das auch! Auf dem Rücken? Ja, aber doch nicht aus der Perspektive! Ich bitte dich! Ja, natürlich! Ich war ein Kreis hinten dran! Ein Kreis! Hä? Was? Ja, lass die raten! Vielleicht kommen die ja drauf! So schwer ist das nicht! Ja, dafür hast du viel zu normale Füße gemacht! Ähm... Wobei der rechte Füße ist sehr angeschwoll, ne? Schnorchel! 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 Ja, ich konnte es leider nicht mehr so zeichnen! Ähm... Taucher hab ich geschw... Apnoe-Taucher wollte... Hab ich geschw... Nein! Apnoe-Taucher wollte... Das Ding hab ich jetzt ja gesagt! Es geht nur um das... Apnoe-Taucher! Wie sagst du? Ich hab extra eingetechnet... Es geht nur um diesen Teil! Nicht um das ganze... Apnoe-Taucher! Ja! Es ging nicht um die Person! So bin ich raus! Es trägt so... Ähm... Der Bauch! Ich bin gleich rausgeklattert! Nein! Oh! 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 Wenn du schnell bist, kannst du vielleicht schnell nachjohnen! Hm? Warte, bin ich schon drin? Du bist noch nicht... noch gar nicht raus, hier aus Grubliot! Boris Becker hat das auch gesagt bei der ersten Werbung! Bin ich schon drin? Das ging... Das war ja einfach! Warte, warte! Warte, noch nicht! Nein! Nicht ja! Abfallbell! Altglas-Container! Erst war doch ein Baum! Wie lange war ich denn draußen? Ein Baum? Baum? Oh! Äh... Äh... Bist du sicher, dass du bei den richtigen drin bist? Nicht so wie... Nein! Mach ruhig! Mach ruhig! Mach ruhig! Mach ruhig! Ich bin fertig! Ach so! Ja, dann weißt du schon! Scheiße! Schreib's doch! Schreib's doch! Aber nicht! Oh, er hat doch noch 50 Punkte! Oh, er hat doch noch 50 Punkte! Ja, ich war zu sehr jetzt in dem Gespräch vertieft! Aber gar nicht! Aber... Aber... So... So... Eigentlich bin ich schon fertig! Was? Atom! Ach, ich weiß, was das ist! Pickel! Pickel! Ja doch, das hast du ziemlich gut hinbekommen! Masern? Auch nicht! Kann man so sagen! Ah! Die können ja auch schon mal mich slingen und dann sehen die so aus! Ach! Jetzt bin ich mal genauso wie Axo! Mann! Was? Wieso? Ich hab... Ich hab da noch nicht erkannt... Ich hab da älterkannt! Also gut! Ja, die sind ja nicht schlubber, aber ich konnte nicht dafür! Ja, die sind ja nicht schlubber, aber ich konnte nicht dafür! Oder an... an Augen gedacht, oder so! Käzel, na klar! Ja! Völlig! Decker, Meister aus Käzel, steht vor einem sehr großen Rätsel! Oh! Weil ich nicht mehr pissen kann, denn seit ich ging jetzt vor einer Rätsel! Hahaha! So! Wir entwickeln uns geradezu ein Emo-Tobi! Hahaha! Hahaha! Was? So! Ah, ich bin gespannt, was das wird! Oh! Äh! Mhm! Ich hab Kinder! Das ist eine Frau! Es ist... Ja, dann kann ich ja aufhören! Ich will, war es auch schön! Ist sie es? Auch nicht! Hm! Eine ostdeutsche Frau! Die sehen immer so aus! Hahaha! Oh Mann! Hahaha! Ich muss mich konzentrieren, ja? Ja! Disziplin! Silenzium! Alles klar! Äh! Äh! Ah! Hahaha! Hahaha! Ich sag's doch! Hahaha! Hahaha! Ah! Wunderfrau! Was? Hahaha! Was? Was ist denn eine Frau? Was? Was ist denn das? Was? Was? Was ist das? Was ist das? Das ist so voll das Eier legt! Boah! Keine Ahnung! Hörpiste! 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 Oh mein Gott! Nimmlehmlich! Keine Chance! Ja ne ist klar! Jetzt fängt er auch so an! Humas Schminkkanone! Äh! Hahaha! Du darfst ja Viraxe nicht als Vorbild nehmen! Das ist nicht gut! Hörpiste! Hörpiste! Humas Schminkkanone war das bestimmt! Nein! Hörpiste! Hörpiste! Wieso hast du das wieder weg gemacht? Ich habe jetzt gerade schon geraten! Hörpiste! 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 Ah ok! Moment! Ist es vielleicht das hier wieder? Nein! Nein! Ja stimmt! Hatten wir auch mal! Ja stimmt! Ähm! Oder vielleicht so? Es ist... Was ist das hier? Bagger aufgemacht! Was ist das? Da unten? Eine Straße! Ja! Und es geht nur in die Richtung! Achso! Was? Äh, äh! Oh Ruku ey! So warte Ruku! Schreib dir mal! Oh nee! Das ist nicht! Hahaha! Wir klären das! Hat er ja schon gesagt! Das geht nur in eine Richtung! Achso! Sowas! Ab einwand gerade? Ja! Ach! Auch nicht! Doch! Das ist falsch geschrieben! Verdammt! Ach! Ach! Aber du scharfenest! Leck mich doch am Arsch ey! Scheiße! Ich hab's mit doppelerst! Ich hab's mit doppelerst! Ich hab das erste Wort! Abflossen! Und dann... Abschuss! Facker! Ja! Hahaha! Und dann bin ich in den Bagger gelandet! Abschuss! Raketeneinbahnstrafen! Hahaha! Boah! Keine Ahnung, ey! Ich hab gar nichts davon gefehlt! Oh mein Gott! Ich kann gar nichts davon zeichnen! Aber ich versuch's einfach mal! Äh! Pff! Raum! Hahaha! Du kannst mich kreuzweißen! Da hast du denn zum Beispiel auch so gemalt den Raum! Ja! Raum! Äh! Na gut! Ähm! Hä? Ist das ein Vibrator am Kabel oder was? Also sind die... Die Böcke sind das hier! Ah! Äh! 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 Oh! Äh! 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 Wo? Äh! 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 Du聰ocker! Ja! Ah! Ist der im sitzen, wo... Äh! Tun die gar nur mit die Beine spielen? Oder... Naa! Das ist voll von Arsch gewesen! Nee! Ich hab den Xbox gewählt! Ich hab den Stumorker gewählt! aber es kannst du Morka naja, gut kann ich nicht mehr wo bin ich gerade bei euch? ne Schüssel mit Geld drin ne Schüssel mit Geld drin scheiß Verzögerung ah ah, äh, hier, äh doch nicht ähm ah, äh, äh ah, äh, hier ich musste erst kurz überlegen wie oft das darin vorkommt es ist interessant auch so viel äh, Psyche im Hintergrund zu hören hast du ne Russenflacke? das ist doch gar nicht ach, hier kann ja, ich hab den Stern gesehen was soll das sein? ja ne Schüssel glaube ich Schüssel? ah, äh, ähm ne Schüssel sollte in der Mitte okay, jetzt sind die die passenden, die passenden, äh okay, die Flagge jetzt du weglassen sollt da hat ich's gar nicht in der Farbe echt nicht ne, komm, aber äh, fast alle so relativ schnell drauf gekommen also, also Ruka ja stimmt aber sonst guck mal nicht darauf was ich noch geschrieben habe Ruka, wie soll man denn darauf kommen? das ist doch keine Spaghetti mit Essstäbchen Essstäbchen? das war nur der Suppe die ist mal mit Stäbchen Essstäbchen? ne, ich fand es gut mit den Essstäbchen also, da bin ich Flotten und die Flagge die war ein bisschen verwirrt das wäre nur als Bonus okay sehr schön weiter geht's ah aber nicht schon wieder na, ne? ah das hast du immer das ist bestimmt Fuß ne es geht um das Ganze es geht tatsächlich ausnahmsweise um das Ganze welcher Scheißfogen ist das denn? ja, das seht ihr gleich spätestens jetzt oh mein Gott oh Gott, oh Gott, oh Gott bester Herbst oh Mann ich schaff's immer wieder ist das toll gegen Ende das ist ja herrlich aber Piet Vogel war auch fast richtig ja klar Nuka genervt beim TTT-Spielen ja, guck, was geht okay ah, okay aha, ich weiß ähm 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 na, äh schissen 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 ha 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 gut geschissen ha 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 ähm 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 oh Mensch sag mal einer also ich komm jetzt nicht drauf sag mal Marc, sag mal was ich komm, ich komm jetzt Marc, schreib mir doch mal bitte schnell du, was ist du hast mir auch schon wieder irgendwas geschickt Hallo der soll dir was zu meinem Hey, nein jaja der soll mich zu meinem Kumpel nach MCD ja, ist klar äh gangster oh oh, scheiße Gangster aber gut, gut gezeichnet aber trotzdem ne er hat mir nur einen Stern geschickt alles gut was, einen Stern? ja, ich hab gerade erst nachgeguckt ihr schummelt nee bis nächstes Mal tschüss 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 Tschüss.